Die Goliadu oder östliche Galinder waren ein möglicherweise baltischer Stamm im Gebiet um Moskau in Russland. Sie wären damit der östlichste bekannte baltische Stamm überhaupt. Verbreitungsgebiet Nach der schriftlichen Überlieferung und Orts- und einem Flussnamen lag das Siedlungsgebiet der Goliad an der oberen Protwa bei Moskau. Es sind bekannt Goliadanker, Nebenfluss der Moskwa im Stadtgebiet von Moskau. Goliadie, Dorf im Demetrovski-Region in der Oblast Moskau. Goliadie, Dorf im Klinski-Region in der Oblast Moskau. Goliad-Dorf bei Beeljansk, heute Otratnö in der Oblast Moskau. In diesem Gebiet finden sich Spuren der baltischen archäologischen Mosk-Eini-Kultur aus dem 4. bis 7. Jahrhundert. Einen Zusammenhang mit dem Stamm der Goliad wird von russischen Archäologen angenommen. Diese Kultur erstreckte sich auch in die Oblast Kaluga und Smolensk. Benachbarte Stämme waren Stämme der Radimitschen und Weyatitschen, die ebenfalls baltische Einflüsse aufweisen. Name Der altrussische Name war Goliad, davon leitete sich das russische Goliad ab. Deshalb wird er häufig mit den im 2. Jahrhundert erwähnten westbaltischen Galindern in Zusammenhang gebracht. Genaueres lässt sich nicht feststellen. Geschichte Erstmals werden Goliad für das Jahr 1058 erwähnt. 1147 erobert der Fürst von Czernigo Svejatoslav Volgovic deren Gebiet. Weitere historische Nachrichten gibt es nicht. Im 15. Jahrhundert sind Goliad überliefert und noch im 19. Jahrhundert gibt es diese Volksgruppe.